Weil ich schon von Anfang an ein Vollkind gewesen bin. Das hat mich dazu bewegt, hier die Lehrstelle zu machen. Ich erwarte von meinem Lernenden, dass er offen und ehrgeizig ist und dass er auch gegen jemanden und Kunden hilfsbereit und freundlich ist. In der Lernstunde lerne ich im Lernenden Stellungen zu machen und was alles im Laden noch ansteht. Wir haben einen Ausbildungsplan, der aufzeigt, wie man den Lernenden am Bestmöglichsten ausbilden kann und wir haben auch die Regionalsverkaufsleiterin als Unterstützung. Ich finde das eine sehr gute Idee, wie man so junge Leute im Berufsleben fördert. In der Schnupperlehre finde ich wichtig, dass der Schüler Interesse zeigt, dass er offen gegenüber Kunden ist und auch hilfsbereit. Für mich war der Mitarbeiterführungskurs am interessantesten. das Lernen, wie ich das Personal richtig führen kann und das Lernen das Bestmöglichste ausbilden kann. Ich bin froh, zu der Volkfamilie zu hören. Ich bin froh. Ich bin froh.